Hallo liebe Freunde, ich bin Schülerin der 11. Klasse und das ist unser Sprachkabine. Ich lerne Deutsch sehr gern. Ich und meine Mitschüler kennen schon viele deutsche Lieder, Gedichte und auch Sitten und Bräuche des deutschen Volkes. Diesen nationalen Tanz haben wir einmal gesehen und uns selbst beigebracht. Hoffentlich gefällt er euch auch. Viel Spaß. Tschüss. Viel Spaß. 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 Viel Spaß.